Wo ist der neue Mitarbeiter? Wo ist der neue Mitarbeiter? Wo ist denn der neue Mitarbeiter? Ah, da bist du ja. Du willst wissen, was wir machen? Okay, dann film ab. Wir haben mittlerweile 20 Mitarbeiter. Also unser Team ist, um ehrlich zu sein, super. Also ich habe noch nie mit so coolen Leuten zusammengearbeitet. Nach Feierabend wird öfters mal gemeinsam mit dem Kollegen ein Feierabendbierchen getrunken, was natürlich auch dem Zusammenhalt dient und macht einfach Spaß. Also von Maschinen- und Fuhrpark her sind wir sehr gut aufgestellt, sodass man wirklich gut arbeiten kann damit. Eine ganz besondere Maschine ist die fahrbare Ameise, die ermöglicht es leicht, die Wärmepumpen und andere Anlagen in den Heizungskäler zu befördern. Mir wurde eigentlich bis jetzt noch nie langweilig, weil es eigentlich immer Abwechslung ist. Von Baustelle zu Baustelle, unterschiedlich alles. Kollegen wechseln untereinander. Das ist ganz toll. Ich kann nur weiterempfehlen. Unser Chef, der Stefan, ist natürlich auch super nett und loyal. Mit dem kann man immer reden, wenn man was hat. Du hast gesehen, wir sind ein tolles Team mit abwechslungsreichen Projekten und wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewerb dich jetzt. Annen SHK. Jetzt bewerben.